Jetzt heißt es tanzen. Heigern der Unreine hat eine einzigartige Mechanik, welche, wenn nicht beachtet wird, direkt zum Wipe füllen kann. Vor allem Tanks und Meelis müssen das in- und auswendig wissen und vor allem können. Aber starten wir am Anfang. Der Raum ist in vier Teile aufgeteilt, wobei immer nur eines als sichere Zone gilt. In allen drei anderen Teilen kommt es zu Eruption, in welcher ihr definitiv nicht drin stehen solltet. Goldene Regel mit Feuer und so, ne? In Phase 1 lauft ihr als Heiler und Fernkämpfer direkt auf die Plattform, auf welcher Heigern steht und euer Tank schnappt sich Heigern und zieht ihn auf Position 1. Meelis wie immer am Hintern des Bosses. Haltet zudem als Fährkämpfer und Heiler mindestens 30 Meter Abstand bzw. tankt den Boss mit mindestens 30 Meter Abstand zu eurem Range Camp, um den Debuff Zauberunterbrechung, welcher das Zaubertempo um 300% verringert, zu umgehen. Nachdem die erste Eruption durch ist, wechselt das Meelie Camp auf Position 2, dann auf Position 3, dann 4 und nach 4 wieder zurück, also 3, auf 2, auf 1. Gibt hier am besten einem Nahkämpfer oder Tank, welcher sich auskennt, einen Mark und lauft diesem hinterher. In dieser Phase castet er zudem Schwächefieber, welches die Gesundheit aller nahen Spieler um 50% reduziert und direkt entgiftet werden muss. In Phase 2 teleportiert er sich auf die Plattform, wird unverwundbar und nun heißt es Tanzen für alle. Sobald er sich also teleportiert, laufen alle zur aktuellen Position des Meelie Camps und steigen in den Tanz mit ein. Die beiden Phasen wechseln sich dann so lange ab, bis Heigern der Unreine im Dreck liegt.